Zum großen Preis von Frankreich in Manikur. Der Sieger von Montreal, Jean Alesi, ist als Franzose nicht nur Lokalmatador, sondern auch einer der Favoriten hier auf den Sieg. Er ist nicht nur der beliebteste Fahrer bei allen Nationen, sondern auch einer der spektakulärsten. Klaus Fiedler meint, für ihn ist in Montreal die bitterste Frist seines Lebens abgelaufen. Der Mann hat wirklich lange warten müssen. 90 Grand Prix, sechs Jahre, endlos für einen wie Alesi. Karrierehöhepunkt, persönliche Genugtuung und das alles an seinem 31. Geburtstag. Jean Alesi siegt erstmals in Montreal beim kanadischen Grand Prix. Drei Wochen ist das jetzt her. Avignon am 12. Juni, der Empfang in Jeans Geburtsort, ist triumphal. Jean Alesi ist Volksheld, ein Mann, mit dem die Fans immer mitgelitten haben. Alesi endlich mal einer, der auch genießen kann. Ich bin ein Kind dieses Landes und unheimlich stolz auf diesen Empfang und freue mich natürlich riesig mit meinen Freunden hier feiern zu dürfen. Und heute erneut ein Heimspiel. Der Grand Prix von Frankreich sieht einen gelösten Alesi, locker fast und unendlich erleichtert. En part français nach Monaco und Montreal ruhen auf Jean zum dritten Mal in Folge die Hoffnung aller Franzosen. Die der Italiener im Übrigen auch, denn Alesi und Ferrari, das gehört seit vier Jahren zusammen. Erfolgstendenz steigend. Die Vorentscheidung um die Weltmeisterschaft ist überhaupt noch nicht gefallen. Der Dreikampf zwischen Williams, Benetton und uns wird spannend bleiben. Nur konzentrierte Detailarbeit wird dich am Ende nach vorne bringen. Mit Alesis Durchbruch zum von allen anerkannten Spitzenfahrer verknüpft sich die Sehnsucht aller Ferraristi nach einer Renaissance der Roten. Bei anderen ist es neben aller Sympathie für Jean ganz einfach der Wunsch nach Abwechslung in einer Formel 1 Saison, die durch Schumachers Ausnahmestellung eintönig zu werden drohte. Wir haben hart gearbeitet und praktisch zu den langen Zeit dominanten Benetton und Williams Autos aufgeschlossen. Nur die individuelle Abstimmung der Fahrzeuge und die Streckencharakteristik sorgt noch für die Unterschiede. Für den Heißsporn von früher, ungeduldig, aufbrausend, unerträglich manchmal, sensibel aber immer, bedeutet der kanadische Sieg mehr als nur die 10 Punkte in der Fahrer-WM. Na klar, bei Ferrari hat man sich sehr über meinen Sieg gefreut und dadurch ist uns allen eine Menge Druck genommen worden. Thermische Probleme seines 12-Zylinder-Kraftwerks beraubten Alessi in Manikour aller Träume von der Pole. Startplatz 4 gleich im Rennen, aber der Mann, das wissen wir seit Montreal, der kann ja warten. Ein Franzose in Frankreich, da kann die Stimmung eigentlich gar nicht besser sein. Dabei ist Manikour eher ein kleines, beschauliches Dorf. Nur einmal ist so richtig was los, nämlich dann, wenn die Formel 1 Motoren rühren. Ansonsten steht die schöne Loire im Mittelpunkt. Der letzte große Wildwasserfluss Westeuropas. Das Val de Noir prägt das Gesicht Zentralfrankreichs. La Douce France, das Süße, das romantische Frankreich der Schlösser und der weitgehend intakten Natur. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 1.000 Kilometer Strom von der Adèche bis zur Atlantikmündung bei Nantes. Gelassenheit an den Ufern des großen Flusses. Das ist in Thurso, der einzigen Hauptstadt der Grande Nation, und in Orléans. In dem 3.000 Seelenörtchen Manikour sowieso. Wäre da nicht das futuristisch wirkende Technopol am Circuit Nevers Manikour, der modernsten Rennstrecke der Welt. Überhaupt der Fortschritt vom nuklearen Größenwahn bis zur stählernen Kanalüberquerung des Flusses. Auch das Gesichter der Loire. Muscadet, Sauvignon, Sancerre. Die Weine der Loire. Gerühmt wird sie eben nicht nur wegen ihrer Burgen und Schlösser. Leben wie Gott in Frankreich. Erfahren kann man das auf den Route National, der Nationalstraße 7 zum Beispiel. So oder ähnlich sieht es hier aus. Völlig unspektakulär. Das ruhige Glück im Wall der Loire. Für die Schönheit des Landes haben die Piloten hier überhaupt keine Augen, denn sie konzentrieren sich auf ihren Job auf der Rennstrecke. Die Strecke vorstellen, das kennen sie schon, das ist Standard bei uns, und das macht niemand anderes als der Weltmeister. So, wir starten jetzt die Qualifikationsrunde. Rausbeschleunigen im ersten Gang, hochbeschleunigen bis zum fünften Gang, dann in eine Vollgas-Linkspassage. Ein ganz entscheidender Punkt. Man kann sehr viel Zeit auch gegenüber den anderen gut machen. Jetzt die langgezogene Estorill-Kurve, benannt nach der Estorill-Rennstrecke, die im dritten, vierten Gang mit über 200 Stundenkilometer durchfahren wird. Dann raufbeschleunigen bis in den sechsten Gang. Spitzengeschwindigkeiten auf dieser Gerade von 295 Stundenkilometer. Jetzt runterbremsen auf dem extrem rutschigen Asphalt in den ersten Gang. Die Eddy-Light-Kurve, da beim Rausbeschleunigen sieht man die Korrekturen, die man machen muss, um das Auto auf der Piste zu halten. Hochbeschleunigen wiederum bis in den fünften Gang, jetzt in die Nürburgring-Schikane. Im vierten Gang auch wiederum über 200 Stundenkilometer. Ein kurzer Hacker, kurzes Übersteuern. Jetzt im ersten Gang raus aus einer langgezogenen, langsamen Linkskurve. Auch da wieder sieht man, wie das Auto sehr nervös ist. Jetzt kommen wir in die Anfahrt zur Imola-Schikane, die im dritten Gang durchfahren wird. Eine sehr schnelle, haarige Situation, Bergab- und Bergaufmassage. Hier eine ziemlich normale, mit sehr viel Übersteuern durchfahrende Rechtskurve im zweiten Gang. Jetzt Anfahrt zur letzten Schikane, Vorstartenziel, die im zweiten Gang durchfahren wird. Nur noch kurz hochbeschleunigen, runter in den ersten Gang und jetzt wieder bei Startenziel, wo es extrem rutschig ist. Das war eine Qualifikationsrunde auf dem Parcours in Magnikur, der alles in allem sehr rutschig und auch sehr schwierig zu fahren ist. Sie werden es jetzt etwas leichter haben, denn wir kommen zu unserem Formel-1-Quiz und wir bleiben auch gleich hier in Manikur. Und es geht auch noch um einen Herrn, der in der Vergangenheit mindestens so beliebt war wie Jean Alesi. Und täglich grüßt das Murmeltier. Diese putzigen Zeitgenossen waren die Lösung unserer letzten Quizaufgabe. Vor ihnen zittern die Fahrer jedes Jahr in Kanada. Dies wusste Konrad Loh, Dübener Straße 4 in 04860 Torgau. Er gewinnt zwei Wippkarten für den Hockenheim Grand Prix. Und nun unsere neue Frage. Dieser rasante Pilot gab im vergangenen Jahr in Frankreich sein, allerdings glückloses Comeback in der Formel 1. Wer ist es? Noch einmal die Frage, welcher Fahrer musste 1994 in Magnikur vorzeitig aufgeben? Zu gewinnen gibt es wieder zwei Wippkarten für den Grand Prix von Deutschland am 30. Juli auf dem Hockenheimring. Um diesen Preis wird sie jeder beneiden. Wenn Sie die richtige Lösung kennen, rufen Sie uns an unter 0190 329 222. Alles rund um das Quiz erfahren Sie auch auf Seite 447 im RTL-Text. Viel Glück beim Raten. Viel Glück hat bislang auch immer das Williams-Team hier in Magnikur gehabt. Es gab in den letzten vier Jahren vier Siege. Damon Hill hat hier seine allererste Pole Position gefahren und ist auch diesmal zu den Favoriten zu zählen. Die Freude über die Pole Position ist nur von kurzer Dauer. Die Unsicherheit geht um im Williams-Lager. Der Brite ist missmutig, schlecht gelaunt und zeigt das auch deutlich. Was meinen Sie, ob die Probleme mit der Getriebehydraulik behoben sind? Ja, ja, wir haben lange drüber nachgedacht und jetzt sollten wir es besser machen. Also tschüss. Nicht nur die Journalisten bekommen das zu spüren. Auch die eigene Mannschaft hat er angeknurrt. In Montreal ist er wieder einmal leer ausgegangen. Zum fünften Mal Probleme mit der Getriebehydraulik. Das Auto ist unangenehm zu fahren. Wir sind so nicht konkurrenzfähig, tobt der Brite. Der Herausforderer liegt bereits sieben Punkte hinter Michael Schumacher. Auch die Motoreningenieure bekommen seine Launen zu spüren. Seitdem Michael Schumacher der neue erfolgreiche Entwicklungshelfer von Renault ist, stehen sie im Abseits. Im Hintergrund hat der große Stratege Frank Williams bereits die Handbremse gezogen. Damon soll fahren und siegen und den Mund halten. Er vermisst den bissigen Damon Hill, überholen ist nicht seine Stärke. Bei solch einem Manöver lässt sogar er sich zu einem zarten Ohr hinreißen. Wenige Sekunden später allerdings Damon Hill wieder auf altbekanntem Rallye-Kurs durchs Gras und entsprechend dann auch die Mine des Chefs. Ich hatte Bremsenprobleme und dann war was mit der Pumpe. Also gestern war es wirklich wieder ziemlich schlimm. Schulterzucken bei den Mechanikern. Was ist bloß los mit dem Williams-Kraftpaket? Stinksauer wandert Hill zurück zur Box. Wenn es so weiter geht, habe ich keine Chance, wettert er zum wiederholten Mal. Doch Frank Williams ist da anderer Meinung. Er unterhält sich lieber mit denen, die Hill sonst meidet. Den Motoreningenieuren. Kritik an Wagen, Motor und Team stößt bei Williams immer bitter auf. Seit den Wortgefechten scheinen da eher die Tage von Damon Hill bei Williams gezählt. Die rasante Jagd gegen Michael Schumacher um die Pole Position lindert hier in Frankreich ein wenig den Groll beider Seiten. Doch diese zählt letztendlich höchstens im privaten Sammelalbum. Punkte gibt es nur im Rennen. Ein Formel 1 Fahrer kehrt nach zwei Rennen, Pause wieder an die Rennstrecke zurück. Karl Wendlinger. Allerdings wird der Österreicher nicht mehr in den Sauberfort klettern, sondern er fährt beim Porsche Cup. Die Höhepunkte zusammengestellt von Klaus Fiedler. Startplatz 9 erfuhr sich auf Anlieb Karl Wendlinger im RTL VIP Carrera dem Wagen, der ja am Ende des Jahres zugunsten der Weltkinderhilfe versteigert wird. Ganz im Zeichen der französischen Porsche-Piloten aber sollte der vierte Lauf zum Supercup stehen. Auch wenn der Holländer Patrick Rüßmann im weißen Auto mit der Startnummer 7 direkt nach dem Start die Meute anführt. 310 PS leistet ein Cup Carrera. Getriebeabstufung hier in Manikur erlaubt Höchstgeschwindigkeiten von 275. 0 auf 104,7 Sekunden. Weitgehend seriennahe Autos also. Getankt wird demzufolge Superbleifrei. Der schwarze Carrera mit Jürgen von Garzen verfolgt von Jean-Pierre Javier. Die beiden lieferten sich rundenlange Positionskämpfe. Die Plätze 6 und 7. Souverän in Führung mittlerweile Christophe Bouchoux, der französische Carrera Cup-Sieger. Gastfahrer auch er für RTL und die UNESCO. Der Holländer Hüßmann aber fällt noch weiter zurück. Routinier Jean-Pierre Malsche jetzt auf 2 und auch Emmanuel Collard dringt mit seinem Benetton Carrera. Der Mann ist schließlich Testfahrer bei Briatore. Intensive Fahrerlebnisse mit dem Sechszylinderboxer vermitteln dem Feld der 21 weiterhin vor allem die Sportfreunde Javier von Garzen, Malsche und Collard. Zentimetergenaues Fahren. Präzision, wie man sie sonst aus anderen Tourenwagenklassen so nicht kennt. 180.000 Mark kostet im Übrigen ein Supercup-Porsche. Christophe Bouchoux, der Leader, aber denkt weder an Preislisten noch an Sonderausstattung. Gut drei Sekunden Vorsprung, als es jetzt zum vorletzten Mal runter geht zu Start und Ziel. Und während sich Jürgen von Garzen nach drei zweiten Plätzen jetzt schon mal auf Platz 6 einstellt, recken Peter Sauber und Co. die Hälse. Karl Wendlinger hält sich nämlich auch im Rennen als Zehnter. Christophe Bouchoux aber siegt. Für Frankreichs Carrera-Ehre vor allem. Malsche und Collard kompletieren den französischen Dreifacherfolg. Natürlich gibt es gleich auch noch das Neueste von Michael Schumacher und Heinz-Harald Frenzen, aber zuvor machen wir eine kleine Pause und geben mal ganz kurz zurück nach Köln. Genauer gesagt im RTL-Ü-Wagen. Hier ist das Herz unserer Formel-1-Übertragung. Von hier aus gelangen die Bilder nach Deutschland. Für Heinz-Harald Frenzen ist es seit Wochen eigentlich immer dasselbe. Frust total im Sauber-Fort-Team, speziell in den Trainingssitzungen. Volle Pulle für zwölfte Plätze. Eigentlich geht es für Frenzen nur noch um die Vereinsmeisterschaft im eigenen Team. Florian König über eine neue Folge aus dem Innenleben bei Sauber. Ein typisches Bild für die Saison des Heinz-Harald Frenzen. Erschöpfung, Hingabe, Einsatz, alles hilft, zumindest im Training nichts. Die Top-Teams sind pro Runde immer noch gut drei Sekunden schneller. Die Veränderungen am Sauber C14 haben nur bewirkt, dass man später überrundet wird. Also orientiert sich Frenzen am einzigen Kontrahenten, mit dem er sich wirklich messen kann, am Teamkollegen Jean-Christophe Bouillon. Die beiden fahren praktisch ihr eigenes Rennen. Jeder spürt die gespannte Atmosphäre, Kommunikation findet kaum statt. Ja, er redet eigentlich sehr wenig und anscheinend ist er voll konzentriert auf das, was er macht. Und da sagt er einfach nicht viel. Der Williams-Testfahrer wurde, und das macht die Sache bekannt, an Sauber ausgeliehen. Teamchef Frank Williams erhofft sich durch den Vergleich mit Bouillon eine Einschätzung der wirklichen Stärke. Von Frenzen. Er war ja in Barcelona oder bei diversen anderen Testfahrten ja schon sehr schnell gewesen. Zum Teil genauso schnell wie Damon Hill und Kultat. Und er kann wahrscheinlich dann das Talent von Bouillon oder seine Schnelligkeit mit dem von der Stammpfahrer vergleichen. Und wenn er jetzt bei mir hier oder bei uns im Team fährt, haben wir da einen direkten Vergleich. Zumindest für Williams. Und von der Seite her bin ich schon auf dem Prüfstand. Im Training war Bouillon immer etwa eine Sekunde langsamer als der Deutsche. Frank Williams wird das nicht entgangen sein. Die interne Wertung hat Heinz Harald Frenzen damit klar gewonnen. Er bewegt das Auto am Limit, wird aber, wenn er aber sauber bleibt, auf Erfolge noch warten. Am Arbeitseifer liegt es nicht. Die Schweizer tun alles, proben und testen bis in den späten Abend. Nur die Fortschritte sind zu minimal. So bleibt das Dilemma. Frenzen ist einer der schnellsten Fahrer, sitzt aber in einem Mittelklassewagen. Drum helfen nur die Rituale, wie das morgendliche Laufen, um den Frust abzubauen. Mit Fitnesstrainer Karl Fresner hält er sich in Form und bei Laune. Und ein bisschen Hoffnung bleibt immer. Aber auf jeden Fall sind wir im Rennen immer wesentlich stärker als im Qualifying. Und sind immer ziemlich nah an den Punkten gewesen, wie auch in Kanada. Und ich hoffe, dass es wieder so wird, wie beim letzten Rennen, dass wir so um die Punkte kämpfen können. Wenn nicht, wird die Unzufriedenheit bei Frenzen sicher steigen. Zu lange jedenfalls sollte man ihn bei Sauber nicht auf Erfolge warten lassen. Im letzten Jahr ist Heinz-Harald Frenzen hier in Manikur auf den vierten Platz gefahren. Das beste Resultat seiner Karriere bisher. Millionen sitzen an dem Bildschirm, wenn die Formel 1 übertragen wird. Ein ungeheurer Aufwand. Kabeln, Satelliten, Kameras müssen alle 14 Tage in ein anderes Land. Klaus Fiedler fasst ein Rennwochenende im Zeitraffer zusammen. Klaus Fiedler 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 Die Regeln dabei sind einfach. Der Weltmeister und damit Michael Schumacher macht den ersten Schritt und danach wechseln die anderen beinahe im Sekundentakt. Niki Lauda in seinem Kommentar über den Marktwert von Michael Schumacher. Also für mich persönlich ist der Michael Schumacher der schnellste Mann der Formel 1. Ich würde sogar sagen, dass er heute drei bis vier Zehntel pro Runde schneller ist wie jeder andere, der hier mitfährt. Deswegen ist er heute in einer Situation, wo er sich eigentlich aussuchen kann, wo er im nächsten Jahr fahren wird. Nur eines muss sich Michael oder beziehungsweise sein Manager bewusst werden. Das Geld, was sie verlangen im Moment, was man zumindest in der Zeitung liest, ist wahnsinnig hoch. Und eines muss schon klar sein. Ein Fahrer kann nie so viel Geld verlangen, dass da nichts mehr für das Auto und für das Team überbleibt. Die Formel 1 Budgets werden gemacht, damit gescheite Rennautos gebaut werden mit den richtigen Motoren und dem richtigen Getriebe. Und dann wird der Fahrer dazu gesetzt. Und das alles muss im Verhältnis bleiben. Und sollte der Fahrer zu viel Geld verlangen, bleibt zu wenig über fürs Team. Und dann werden die Resultate sicher nicht kommen. Es dauert nicht mehr lange, dann beginnt der große Preis von Frankreich. Vorher noch einige Beobachtungen am Rande über Frauen, Fotos und Pferde, zusammengestellt im PS-Geflüster. Der Sicherheitsdienst in Manikur sieht übrigens so aus. PS-Geflüster eben. Wenn Hunderttausende auf und an der Strecke stehen und jubeln, wenn die Schönheiten im Badeanzug die Rennfahrer ins Auto begleiten, dann, ja dann, beginnen die legendären 24 Stunden von Lümmer. Auch Jochen Maas legte da gerne das Mikrofon beiseite, wechselt wieder zurück ans Lenkrad. Noch etwas skeptisch reinschauend ließ er sich in den McLaren F1 schließen und ab geht die Fahrt mit BMW-Antrieb ins 24-Stunden-Abenteuer. Pscher, Nielsen, Maas, die Erfolgskombination in Führung. Bei Einbruch der Dunkelheit kam der große Regen und der Ausfall des Scheibenwischers bei Jochen Maas. Trotzdem konnten die drei die Führung ausbauen. Zehn Stunden lang waren sie auf Platz 1. Dann die bittere Enttäuschung. Ein Ausritt in den Kies beendet den Traum vom Sieg. McLaren F1 hatte trotzdem Grund zur Freude. Mit dem zweiten Wagen waren JJ Lechter und Yannick Dalmas erfolgreich. Nur Jochen Maas war geknickt. Das ist 24 Stunden Le Mans Special. Da kann man nichts machen. In Manikur liegen die Kommandostände der Formel-1-Teams hinter Glas, genauer gesagt hinter Plexiglas. Eine vernünftige Sicherheitsmaßnahme auf der Oberkante der Boxenmauer. Denn Ausgangs der letzten Kurve hat es in der Vergangenheit öfters gekracht. Für die Formel-1-Fotografen lohnt sich die Suche nach guten Kamerapositionen neuerdings doppelt. Erstmals richtet ein Sponsor regelmäßig Fotowettbewerber auf. Erster Sieger und mit einem Einkaufsgutschein ausgestattet der Schweizer Daniel Reinhardt. Schlechte Karten für das Minardi-Team. Der Staatsanwalt versiegelte Trucks, Boxen und Rennwagen. Ein Rachefeldzug des Formel-1-Paten, Flavio Briatore. Minardi hat vor zwei Monaten gegen ihn Anklage erhoben, da er ihnen den Motorenpartner Mugen Honda für sein Team abgeluchst hatte. Jetzt fand Briatore eine offene Rechnung und ließ den Rennstall bis Samstag schließen. Neben Benerton gehört Briatore Ligier zu 100%. Seine Mannschaft blüht als einziges französisches Team in Manicur so richtig auf. Fahrer Olivier Panis fand sich zeitweilig sogar auf der Pole Position. Startet jetzt von sechster Stelle aus. Kein Wunder bei diesem Jubiläum. Ligier feiert den 300. Grand Prix und ist wie eigentlich immer in Manicur sehr, sehr stark. Deswegen die Frage an Jochen Maas in der Kommentatorenkabine. Was bedeutet eigentlich ein sogenannter Heimvorteil? Heimvorteil bedeutet, dass die Teams Anfang der Saison eine Strecke angeben müssen, auf der man hauptsächlich testet. Und das Ligier-Team hat diese Strecke praktisch exklusiv für sich gebucht. Sie sind hier auf diesem Gelände beheimatet und haben natürlich dadurch alle möglichen Vorteile. Letzte Woche zum Beispiel waren sie drei Tage hier intensiv testen und haben damit natürlich für das Rennen die besten Karten. Doch diese Karten wurden heute Morgen neu gemischt, obwohl man bei Ligier hier auf dieser Strecke wirklich jeden Bordstein und jede Kurve aus dem FF kennt. Aber man kennt es halt nur im Trockenen. Und heute Morgen hat es hier geschüttet wie aufs Eimern. Eine Gewitterfront, die seit gestern Abend hier hereinzubrechen drohte, war heute Morgen endlich da. Demzufolge im Warm-Up einige Leute auf Abwägen. Es traf auch die Stars, es traf auch die erste Startreihe. Zunächst Damon Hill draußen. Und wenig später dann auch Michael Schumacher auf Abwägen. Aber es ging gut. Und es wurde auch nicht viel an den Fahrzeugen verändert, denn man spekulierte auf Wetterbesserung, die dann auch prompt eintrat. Und alle Teams und natürlich auch wir beide hier oben in der Kommentatorenkabine hoffen auf ein trockenes Rennen. Das sieht auch ganz danach aus. In wenigen Minuten geht es los. Bleiben Sie dran.